Im Bundestag, wenn du jetzt, du willst ja nicht im Bundestag, im Bundestag gibt es ja diese Nebentätigkeitsauskünfte, die man dem Bundestagspräsidenten geben muss und so weiter. Das gibt es in Schleswig-Holstein nicht? Doch, haben wir auch. Bis zu Beginn dieser Legislaturperiode gab es das auch. Allerdings gab es keine Sanktionen dafür. Insofern haben wir alle FDP-Abgeordneten seit 1992 von ihrem Recht auf informationell selbstverständlich Gebrauch gemacht. Das sind Daten, die betreffen nur uns. Geht euren Scheißdreck an, was wir wechselseitig noch verdienen. Punkt. Aus. Ende. Nun gibt es seit Beginn dieser Legislaturperiode etwas, wo man das auch sanktionieren kann. Also wenn entsprechende Ausgaben nicht erteilt werden, dann können die Diäten, ich glaube bis zur Hälfte der Jahreszeit, aberkannt werden. Ich habe nur gefragt, also die Sozialdemokraten und Grüne wollen das mal ganz genau wissen, ich habe gefragt, wenn man mehr angibt, als man tatsächlich verdient, ob das dann sanktioniert wird. Das wird es wohl nicht. Also verdienen wir alle 5 Millionen nebenbei. Oder 10, ist doch völlig egal, oder 20. Ich frage nur, ich habe es gegoogelt und wollte wissen, was für Nebentätigkeiten du hast. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe keine Nebentätigkeit, ich habe noch einen Beruf, mit dem ich ganz ordentlich verdiene. Und das Schöne an Strafverteidigung ist, dass niemand auf die Idee kommen kann, meine Mandanten würden mich beauftragen, weil sie hier im Land ein Gesetz hin und her beschrieben wollen, weil das deutsche Strafrecht bundesgesetzlich geregelt ist. Aber wenn du im Bundestag sitzt, dann musst du das ja offenlegen, wie viel du da... Ja, das mache ich auch, da schreiben wir rein, Stufe 10. Höchste Stufe, über 500.000 Euro vorher. Das ist doch völlig wurscht. Also es hat bisher keinen interessiert in Schleswig-Holstein bei den Wahlen, deshalb haben wir so gute Ergebnisse erzählt. Das wird auch danach keinen mehr interessieren, außer vielleicht jemanden, der bei Abgeordneten und Botsche sitzt und damit sein Geld verdient. Das ist ja keine unabhängige Einrichtung, das ist eine Gelddruckmaschine von Leuten, die eine gute, die eine clevere Idee hatten und darüber so eine gemeinnützige Plattform gelegt haben und im Hintergrund richtig viel Geld damit verdienen, dass sie dauernd Abgeordneten anbieten, auf dieser Plattform doch sich selbst darzustellen und andere Dinge mehr. Egal, darüber will ich nie weiter reden. Wenn es jemanden stört, muss er mich nie wählen. So einfach. So einfach. So einfach.